Ja, es ist natürlich immer schön, zum einen hier zum Ring zu kommen, zum anderen mit dem Klaus zu fahren. Klaus und ich, wir sind halt ein Dream-Team, würde ich es mal so behaupten. Wir kennen uns über 20 Jahre und er war ein ganz wichtiger Part auch in meiner Karriere. Ich habe viel von ihm lernen können und speziell jetzt mit ihm das letzte Rennen zu fahren, zu seinem 70. Geburtstag, ist natürlich ein Highlight. Und wie die Frage aufkam, machst du das, war für mich ganz klar, natürlich mache ich das. Das wird ein Riesenspaß. Wir haben gestern das erste Training gefahren, waren super gut unterwegs, es macht einen Riesenspaß. Man wundert sich, wie schnell doch die Autos in 96 gewesen sind, wenn man sieht, wie weit die Technik war, wie schnell so ein Auto ist. 100.000 Kilo, 550 PS, das geht schon gut vorwärts. Prozent.